ladies and gentlemen herzlich willkommen zu einem neuen lp was wir hier zu dritt machen und zwar spielen gang wie es uns gegenseitig auf die fresse ich bin hier der langen haaren laurie ist mit dabei mit der komischen vogel hinter mir und da drüben mit maske ich muss eben nur gerade den sound noch helfen wir erstellen test im game noch mal lauter als ja ja ich bin weiter hilf mir mal den ihr in dieses rädchen zu packen das war nein das bin ich nein oh mein gott oh mein gott was war das denn das war euer move ey komm her du ah ok so nehm ich die Hand hoch was ist das hier nein nein ich bin ohnwichtig geh down alter verpiss wir haben ihn fast laurie du störst alter der sprungknopf aua nein ich bin kaum oh ich war kaum nein geh weg lass mich in ruhe nein oh ich hab wieder fast da drin jack hör auf weg zu rennen kann man nicht auch irgendwie kopf nutzen ah los wir umzingeln den wir müssen den k.o.hauen und dann da rein tragen oh alter als ob so wie packt nein warum fokust ihr mich kann ich verarschen oder was lass mich los du dummer sack k.o ey was soll denn das jetzt bitte das kann eine weile dauern ja ich glaub auch bleib stehen verpiss ich was denn das hier ach so kann man noch treten hier mit dem trete ich dich gerade was soll denn das nee du hebst mich gerade an oh ich bin kaum ah das ist hier der kopf die kopfnuss alter komm mal her ich geb dir eine kopfnuss oh nee das war der fall ich gebe die kopfnuss nein ja 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 nein komm da raus komm da raus komm da raus nein huli shitballs ich nehm euch alle mit ihr schweine tschüss jack ich geb ne kopfnuss äh mit b beziehungsweise vierek müsste es sein nee nicht vierekse sondern das andere kreis genau nein 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 also wie die mich gefokust haben packen ist der gleiche knopf wie wie schlagen schlagen ja ok nein gedrückt halten und so ne ja siehst du mal hast du davon weil ihr mich gefokust habt es geht noch nicht mehr ich bin schon wieder kopf nein ich bin nicht klar festhalten hey wie schnell geh ich k.o. hier weg mit dir weg mit dir weg mit dir und ich werd gefokust oder was jawoll ach alter da reißt er die arme nach oben der kleine emo Ja, wir haben ihn! Ach man, Jack, du stehst im Weg! Oh nein! Ist Jack schon wieder tot? Nee, da unten gehts echt. Der lügt doch. Oh, der ist echt im Feuer gelandet. Scheiße! Dumm war das denn bitte? Nein, 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 nein! Nein! Aber wie wirft man denn? Wie hast du mich denn vorhin so vorgehoben? Ich hab dich halt mit Y dann hochgehoben und dann losgelassen. Er muss sich die Arme heben, wenn er auf dich einprügelt. Scheiße, erst greifen und dann hochheben! Genau, erst greifen, dann hochheben. Shit, Alter! Nein, 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 nein! Geh weg! Man kann leider nicht so richtig die Arme drehen oder sowas. Nee, das geht irgendwie nicht so. Ey, warum triffst du mich immer nicht? Ich nie! Ja, okay, damit hab ich keinen Problem. Ja, komm doch her. Ja, komm doch her. Ich bin auch echt ein stiller Zuschauer gerade die ganze Zeit. Ey, das ist ja... Oh, da gehst du auch. Übel, ey. Komm jetzt, verrecke! Ey, das gibt's doch nicht! Was mach ich denn falsch beim Schlagen? No! Ich bin krass. Der hat schon zwei Ballons, ne? Ja! Oh Gott. Das Ding hier ist auch mies. Das geht ihr beide auf mich. Warum? Ja, du hast schon zwei Wins, Alter. Alter, als ob. Wann ist Jack denn schon wieder K.O., Alter? What? Finn ist K.O. Was zum Hänker... Oh Gott, ich glaub, hier kannst du jetzt auch richtig... richtig Kacke bauen. Aua, Jack. Nein, nein, nein! Oh nein, nein! Ja! Lass mich los! Verreckt einfach alle beide! Lass mich los! Lass mich los! Was soll'n' das? Yes! Ich bin doch da. Was? Wie, du bist doch da? Ne, geh doch nicht runter! Oh... Das war... Ich seh' nix! Oh, unklug. Gut. Gewonnen. Ja, der ist doch da. Steht da auf dem... Ja, toll! Ach! Was ist das denn? Der erste Mal nach oben, beim zweiten Mal nach unten. So. Fokus! Wo seid ihr denn? Komm her! Komm her, du! Fokus ist ne Zeitschrift, Junge! Alter, shit! Lass mich... Lass mich doch in Ruhe, ey! Dann fuck it! Yes! What the shit! Hast du... Na, Jack, lass mich doch nicht hier alleine! Wer mein'n nicht! Weg mit dir! Ah! Was wollt' ihr? Ah! Lass mich los! Ja, genau! Und greif los! Ich hab' ihn! Nein! Wir haben ihn halt beide! Scheiße! Ach, shit! Äh... Komm schon! Komm schon! Ja, als ob! Komm schon! Komm schon! Ja, er ist Kau! Nein! Nein! Verreckt doch! Los! Jetzt gib weg! Ich bin noch da, Leute! Wir müssen ihn nur Kau... Nicht mich Kauau! Ihn! Los! Jetzt stirb halt! Stirb doch! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Nein! Nein! Als ob... Warum? Ja, sehr gut! Alter, wie er sich um mich windet! Ich glaub, ich check das Spiel nicht, ey! Ich auch nicht! Ich weiß gar nicht, wie er... Wie... Wie viel zu oft K.O. holen kann! Ich hab ihn nicht! Geh weg! Geh weg! Check! Geh weg! Nein! Mann! Ja! Ja! Servus! Oh nein! Fuck! Da bin ich ja Jack abgebaut! So, jetzt muss ich mal gucken! Jetzt sind zwei Moops noch! Komm her, Lauri! Nein! Lass mich in Ruhe! Lass mich! Geh weg! Geh weg! Nein! Nein! Lass mich los! Oh, yes! Geh weg von mir! Komm schon! Oh nein! 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 Ich rette dich vor allem noch! Nein! Wie ich dich halt rette! Wie er mich hochgezogen hat, damit er selber springen kann! Nee, ich drück die nur kurz! Okay! Und dann halt zum Greifen länger! Okay! Komm schon! Gott! Autsch! Geh weg! Geh weg! Nein, das ist Jack! Nein! Ach, nicht! Was soll das denn bitte? Oh Gott, war das schlecht! Super dämlich, ey! Ja! Kommt doch rüber zu mir! Kommt doch rüber zu mir! Kommt doch rüber zu mir! Auf die Fresse hier! Komm her! Komm her! Eher! Autsch! Nein! Komm schon! Nein! Nein! Oh nein! Halt dich fest! Halt dich fest! Halt dich fest! Hat er sich mit dem rechten Arm? Ja, das ist gut, dass man so wenig sieht! Ach nee, zu! Lauri chillt! Könnte dann bitte einfach sterben! Äh, Lauri! Ich habe ganz großen Mist gemacht! Ja! Will springen! 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 Gedrückt halten! Und dann eine Tast los und da die andere wieder nehmen! Quasi! Ähm! Ähm! Das war nicht! So! Okay! Los, komm schon! Greif! Dauri macht hier den Vin Diesel! Oh nein! Und Jack ist abgeschmiert, aber der hängt noch dran! Ah nee, so mach ich das! Nauri, pass auf, da kommt ein Pfosten! Hä, der klettert halt nicht weiter hoch! Nein! 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 Oh Gott, Alter! Ich habe gerade den Pfosten an der Fresse gekriegt! Hätte ich doch einfach nur aufgehauen! Weil dieses Bild hat vorne noch gesagt! Achtung, da sind Pfosten! Und dann loslassen quasi! Aber weiß ich nicht! Oh shit! Oh nein! What the hell! Ich glaube, ich gehe einfach in den Fahrstuhl rein! Äh! 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 Oh! Moment! Geh weg! Nein! Nein! Spacken! Und du verschwinde auch von mir! Alter! Alter! Ich komme da rein, ey! Oh, du krieg direkt eine Hände! Warf! Piss dich von mir! Alter! Nein! 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 Lass mich! Komm schon! Jetzt geh doch K.O. Oh nein! Los! Steh auf! Steh auf! Na! Fall doch runter! Nein! Nein! Nein, nicht ich, nicht ich. Geh weg, check. Komm schon. Lass mich da noch. In Ruhe. Nein! Nein, nein! Nein! Das ist nichts mit loslassen und springen. Ja, wuhu. Scheiße, Alter. Ich hab's am Anfang versucht, ob man damit die Arme irgendwie rumreißen kann oder so, aber... Warte mal, wirst du wohl... Lass mich in Ruhe. Soll ich in Ruhe? Phil boxt mich. Geh weg, Phil. Was macht Jack dort? Er will klettern. Halt dich fest. Jetzt halt dich doch mal irgendwo fest da, Freundchen. Nix da, nix da. Ach, shit. Sehr gut, wirf ihn über Bord, genau. Nein, nein. Autsch. Nein, nein. Hey, Jack, du sagst nicht mich, Kaoram. Nein, nein, ihr Schweine. Ach, come on, ey. Oh Gott, Alter, die Dinger öffnen sich. Lass das! Alter, Lauri! Lauri! Lass... Oh shit. Nein! Mach's gut. So, jetzt bist du dran. Oh Gott. Lass mich weg. Ich halt direkt das erste Würselchen auf den Kopf bekommen. Nein, 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 nein. Nein, nein. Stirb du alleine? Nein! Der hängt noch dort, der hängt noch dort, ne? Der soll mal rauskommen. Weißt du was? Jetzt ist er tot. Yeah. Spiderman hat gewonnen. Wir müssen noch... Ich gebe einen Tipp nach vorne da auf. Mach's gut, die trolle. Tschüss. Tschüss. Der Zug hier entspricht nicht den Sicherheitsstandards der Deutschen Bahn. Daher kuppeln die der hintere Teile ab. Komm her, du. Ja. Lass mich los. Wir müssen ihn runterwerfen. Oh fuck. Warum hat er losgelassen? Ich seh nix. Ich seh nix. Wie seh ich mehr? Nein, lass mich doch los. 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 Lass einfach Jack nicht mehr los. Dann kann nichts passieren. Dann gewinnt keiner. Ich seh nix. Ich bin weg. Jack, grüß dich. Ja, hallo. Was machst du da? Jetzt mal hier raus. Na, Jack. Ja. Lass mich los. Ah. Der hat doch nicht mehr losgelassen. Der ist wie dumme Knette ey. Nein. Oh Gott. Jack hat, Jack hat Freiwilligenabgang gemacht. Ja, ich hab das. Ja, 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 ja. Ich gewinn auch mal. ja ich hatte was anderes vor gehabt aber die container hingen ich nage noch aneinander sich in ruhe weg ist aus lasst mich nicht mehr weg mit dir sehen wir jetzt ich nehme dich mit stirbt da alleine nein du schweig das gibt es doch nicht krieg hier einen nach dem anderen oder was laurie klettert wieder oben ja also wir wir haben mich einfach fokuss ja natürlich du hast drei punkte als ob ich schon wieder aufs maul bekommen nein könntest du mich mal los nach richtig nervig hier eine runde zu trechen du schwein alter das ist unfassbar ist der tod ich weiß es nicht ich sehe nicht ich auch nicht weder steht unter dem er kommt wieder gerade ja ich weiß nicht wie macht man den schlag da in ich habe keine ahnung was hier passiert als tat das kann doch nicht wahr sein nein du schwein warte mal für ich muss erst mal meine kamera trennen aller gediegenheit ganz doch gar nicht oder steuerkreuz aber nicht weit nicht weit genug kann ich sie drehen ich sehe gar nichts gerade ja man kann ich mit steuerkreuz so ein bisschen die kamera drehen ich auch nicht lauris weise der hat ich glaube ich lebt doch ich habe den anderen also gedrückt halten und l und er im nachhinein genau so jetzt ding ding das so in diesem zeppelin ja ach gott alter ja fokus auf filter und check ist ja du kannst es weg machen check aber dann läuft es auch unentschieden hinaus nein nein scheiße jack nicht auf mich da steht ich habe mich an am rand ausgenockt oder was jack hilf mir ja was meinst du hast mich nicht auslocken lassen da habe ich nicht vor so da ist er raus mit ihm aber ich sei nicht laurin du hast noch wenig punkte kommen nein 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 bei der map ist mir das zu gefährlich ich weiß gar nicht warum man das nicht gönnt weil ich gewinnen will sie ist lass mich los das was man ich habe den falschen gegriffen und auch raus mit dir raus mit dir das gibt es nicht lass mich los laurin noch nebenbei ausgedockt aus mit dir weiter das gibt es nicht könnt ihr aufhören mich zu fahren sich auf mich konzentrieren ich habe eine menge gespielt nein ich will will ich auch nicht hier kommen mit schwein ich habe ihnen mit mit der kopfluss ausgenommen tschüss scheiße nein hilf mir ja nichts was gerade war ich dich drin gehalten ja ich habe ihn wieder die per und weg mit ihm jetzt okay fair play los scheiße du hast dich gestehr auf junge ja auch schade ich wollte das gerade nutzen kommt schon jetzt geht es um die wurst nein und den schinken wieso da jetzt stirbt doch nach warum denn schon wieder k.o. alter das gibt es doch nicht aber das geht übelst auf die unterarme dieses smaschen nein ja jetzt eben an ach das gibt es nicht das ist ja unfassbar wie er sich da noch gerettet hat springt er vom seil runter diese tänzeln ach komm ich will ja um sagt pissig zwei penner die sich ums letzte käsebrot streiten das war das warum bin ich denn gerade einfach lässt du mich wohl los schwäche anfall das kommt in dem alter mal vor alter als ob warum kriege ich die mich hoch drückt mich in dieser laurie hat manns probleme jetzt kommt schon raus mit ihm das gibt es doch nicht unfassbar hier wer sich immer wieder rein zieht kommt unentschieden ach das kann doch nicht wahr sein hier wirst du wollen den europa in ruhe lassen warum kriege ich dich nicht dort drüber vergreift er sich hier einfach an greisen selbst einer das darfst du noch ein bisschen ja der ist ein pinguin mit bart nein ja jetzt greifen und raus damit scheiße es wird spannend jetzt geht er k.o. jetzt saurie wieder der offensiv und was war was alter das gibt es doch nicht ich gehe hier der hätte nicht hoch der war zeit war nicht es ist schon y oder dreieck zum hochheben ja ja war macht das nicht bei mir ich weiß es nicht ich bin hier selber hat das kann doch nicht wahr sein ich kriege den nicht drüber dort das gibt es doch nicht ich bin schwach auf den arm hier guck dir das doch mal an bewegt dich genau als ob ich jetzt durchgehend koge ja warum freue ich mich eigentlich unentschieden wäre besser gewesen nein 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 ich hab den falschen losgelassen ich nehme euch beide mit alle in den tod lass mich los ich habe sie ja gesagt werft ich weg der drüben haben die bahn ja sie kann gerade hier auch der werfer davon erwischt worden wirst du als hat ich stehe auf fangen wir sofort wieder ein oder war richtig gut ich bin nicht schnell genug im klettern nein 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 ich bin nicht die mit nicht die mit nicht nein unentschieden unentschieden komisch denn ich muss ich bin ich bin du für eine makabre folge gangbeasts das war's für heute schau doch beim nächsten mal wieder rein viel spaß und bis zum nächsten mal